Bhagavad Gita, erstes Kapitel, Vers 8 Es sind Persönlichkeiten wie du selbst, wie Bhishma, Karna, Kripa, Ashwatthama, Vikarna und der Sohn Somadatas, Burishrava, die im Kampf immer siegreich sind. Erklärung Duryodhana erwähnte die herausragenden Helden der Schlacht, die alle immer siegreich sind. Vikarna ist der Bruder Duryodhanas, Ashwatthama ist der Sohn Thronacharyas und Somadati oder Burishrava ist der Sohn des Königs der Valika. Karna ist der Halbbruder Arjunas, da er von Kunti geboren wurde, bevor sie König Pandu heiratete. Kripa-Ajariya heiratete die Zwillingsschwester Thronacharyas. Kripa-Ajariya